Hallo meine Freunde willkommen zu einem Video und ich zum Beispiel mal wieder war auf einer auf der PS4 und ja wie ihr seht das ist Halloween und hier sind leider Kübisse und ich habe mich schon gewundert als ich die PS4 gestartet habe und das Spielgestalt öffnet habe wieso ist es nun glaube ich mir gefragt aber egal wie ihr seht habe ich meinen Fahrzeugtypen etwas verändert einmal die StuG 3 ist eigentlich ganz geil finde ich also geil Papier von 30 T wo ich übersprungen habe der wird niemals gelöscht der wird immer da bleiben die 8,18 Meter Flak und den meiner 3 ich habe mittlerweile auch schon den äh den 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 dem Panda ne der ist er nicht wo ist ne Panda erforscht habe ich ihn aber mir fehlen leider also Preis der ist vergünstigt statt 150 ok ich verbrauche 4000 also 3000 eingeschätzt wer kann ich mir kaufen noch 40.000 Trainingskosten anstatt 150.000 Euro Preis und Trainingskosten ist nur 75.000 statt 150.000 die müssen sofort spielen den kriegen wir jetzt also ich schwöre Bruder wir haben aber da fehlen uns immer noch 345.000 43.000 Trainingskosten aber ist nicht so viel wie die 150.000 weil da hätte ich mir wirklich auch schon was anderes kaufen können gut was ist das Kampan ich habe keine Ahnung was das für den Lab ist ich kenne sie habe ich für soll ich euch das nächste Video so eine Roomtour sein wie es bei mir so ausschaut und wie ich meine Videos mache oder mit was ich meine Videos eher mache und so ein paar Sachen vorstellen also zeigen die ich euch also die ich habe mit dem ich Videos mache und schneide also so eine kleine Roomtour kann ich euch machen wenn ihr wollt schreibt es aber in die Kommentare dann ob ich es machen soll gut wir nehmen diesen Panzer und dann fahren wir jetzt erstmal ok die anderen sind schon ok die fahren auch grad los gut haben wir da vorne da ist abc wir fahren zu a vala hier genehmt vala ah ist das schon geschützt denn ich habe schon geschützt 3 heißt gut zu wissen fahren wir jetzt mal hier weiter ja der Panzer jetzt auch Artillerie ich weiß nicht ob ihr das schon vorhin gesehen habt aber ja aber jetzt habe ich schon alles freigeschalten bei denen eigentlich hier das war von erstmal rauf gut von da rauf es ist halloween müsste ja eh ne ich bin ich bin feier das nicht also ich weiß nicht mehr weil ich recht so ein großer Junge bin ich habe einfach keinen bock mehr auf halloween und jetzt schauen wir mal endlich da oben angekommen sehen wir direkt ich verpiss mich wieder ne spaß ähm erst mal ein kill gemacht ok das ist gut dann können wir uns mal das Ding kaufen also ich will ja nur 3000 dann kann ich mir den kaufen zum glück bei halloween wohl noch die preise gesinkt direkt tot 2 ich habe jetzt schon die kohle für den panda freigeschalten also für den preis und für die drehungskosten gut da hast du da ist aber okay das erobern wir auch gleich dann kriegen wir noch erfahrungspunkte und so zusätzliches money 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 hier ist fanny ich versuche ich replettiere 34 ihr könnt uns wegschnipen ok der kollege hinter neben mir macht es das schon ok David erobert und wir wollen ja alle punkte erobert wir müssen nur verteidigen die biete erobert auch wieder 800 ich hab jetzt schon die kohle für den panda frei fertig problem gelöst ich bin so ein finanzschini money 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 hier ist fanny gut jetzt hören wir mich wieder mein kleiner bruder hat nur genervt uns mhm ich gebe dann mal das mikrofon raus gerissen wir aus der alterung weil sie gar vor 1 scheiße ordnung ist mir grad vernichtet weil diese ziel treffer aus schweißen sowas getroffen also ist es nicht ok haben wir nicht getroffen aber ich glaube die wollen so uns das Ding ist etwas beschädigt also der Lade-Ding ist wie ich jetzt mal sagen ist beschädigt und wenn da jetzt noch einer drauf schießt die ist kaputt und dann kann ich lieber fett sein in dem Falle Artillerie wir haben auch alle punkte erobert die Runde wird glaube ich schnell sein ergehen und den panda können wir uns dann vom Preis Leistung kaufen ich finde ich finde es geil minus 50% statt 150 dann noch 75 und so Manni 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 hier ist Fanny Scheiße ich hab doch das jetzt für Fährte jetzt weiter Fährt der jetzt weiter oder nicht immer wenn er stehen bleibt ist wo ich das Flugzeug einfach in den Graben reingeflogen ist Lul hier soll einer laut der Maps sein aber oh Scheiße das ist 20 Meter D34er ist ein Russer ok die hat eine Schwachstelle von der Seite ok das ist what the fuck Junge 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 maximal bis ich vorwärts fahren wäre nett von dir bitte Mama frau mal vor damit ich dich vernichten kann es wäre nett von dir bitte wir kommen bitte ich mach ja ok Bomben er ist tot oh mein Gott zwei Leute haben bei mir überlebt oh mein fucking Gott ihn haben die Bomben seine eigenen Kameraden haben ihn vernichtet du Glückspilz ach du heilige Scheiße hab ich Glück es leben noch zwei aber ich kann ich habe immer noch diesen Unterstützung dass mir noch einer herkommt KV 1 1 1 1 1 da fahren wir nicht da fahren wir weg ich hab kein Bock ok was haben die Bomben zerstört Getriebe mittelschwer beschädigt Munition mittelschwer beschädigt und der Turmdrehgerät mittelschwer beschädigt nicht so dass ich reparieren muss aber wir nehmen jetzt erstmal neue gefunden erstmal Unterstützung an weil nicht das in seiner Freie abschießen dann wieder nichts machen können oder uns wegbewegen können weil wir oh wir haben gewonnen zwei hab ich weggefetzt hab nur ein Panzer gebraucht keine Panzer sind kaputt gegangen den Preis für einmal schon in der Tasche da spür ich 78.000 was habe ich gesagt 75.000 für und da würde ich mal sagen wir schlagen mal direkt zu es ist einfach schön 50 Prozent Lül Money 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 hier ist Fanny Panda.dee Panda in Tasche das machen Spaß ich hab den Scheiß Panda Panda ist mal gekauft jetzt fehlen noch 43.000 es fehlen noch 43.000 es kauft aber nur 43.000 also in dem Setzen jetzt 40.000 für Trainingskosten gut die Trainingskosten werden sowieso nicht steigen die waren vorhin bei 50.000 sind bei 43.000 also das ist eigentlich jetzt nicht so das die Rahmen der Deutschen aber ich finde wir haben jetzt ein Schläppchen gemacht statt 150.000 Preis alleine vorhin sagt es nur 150.000 ohne Trainingskosten aber mit den Trainingskosten ist es immer noch nur so 130 bis 140 was das für Schläppchen Digger Bruder ich bin so krass nass Fars Schuhe gut oh das ist überqueren des Reins ok den Map ist nicht Berlin nein schon mal wir heute diese Runde jetzt wieder nur ein Panzer brauchen bin gespannt nanns nanns bambambam das Video werde wahrscheinlich morgen sehen also am Sonntag denn ich produziere vor Lil damit ich wieder damit keine zwei Wochen später wieder ein Video bekommen das will ich eigentlich nicht so minimal ein Video pro Woche und ja ich könnte das Video eigentlich auch am Montag heben aber ich habe das so eh schon ein Video geplant was ich so eine Roomtour mache also ihr kommt drauf an was ihr wollt ich denke mein scheiße ihr mögt eine Room zu sehen ne denk ich mal lai schusch money 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 hier ist Fanny dün 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 ist das Mikrofon hier bei Fanny ja ist es hui eine Rampe hui 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 money 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 hier ist Fanny dün 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 die Verländer recht zumindest die netten Typen nicht vernichten können er selbstverständlich meine diese netten wirklich Typen die die gar nichts anhaben könnten wo ich aber trotzdem Angst habe dass die netten Typen mich umbringen könnten sie überhaupt nicht verstehe ich meine die würden mich doch mich doch niemals umbringen ich meine Sachen nur feind okay die rechte Kette ist mittel mittelschwerbeschädigter bis sie ungefähr so 60% beschädigt so dunkel aus so orange schon ich würde gerade sagen dunkelgelb was weiß ich es ist dunkelgelb es gibt dunkelgrün dunkelbraun aber gibt es du ha 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 ach du heilige Scheiße 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 Mann Nein Nein nee reparieren tue mir nix oh nee der Drehkranz ist im Arsch auf die DG ja noch immer ganz langsam musst du jetzt wirklich von der Seite mir eine rein flexen jetzt kommt drei scheiß nette Panzer Mann geh ich wieder auf der Seite von dir fällt mir gerade auf ich weiß nicht wie ich da hingekommen bin aber es ist auf jeden Fall so aber der war wo ich den Feindlichkeit der Einpass abgeschossen hat so Abschluss 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 Abschuss war so ne es so mitgeholfen aber dann hab ich mir das so hä unterstützen nein das war ein feindlicher Panzer wie er oder keine Ahnung wie sie es gemacht haben Manni 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 hier ist hier ist ich wollte den Typen eigentlich einen auf den Deckel geben oh ey vorhin grüner sind aber dann ist er sofort wieder rückwärts gefahren nennen was war der Typ du keck und Munitionslager hat Ingwer getroffen Lull Manni 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 hier ist Fanny den der der schleppt noch im Turm mit da ist keinen mehr fangen wir mal weiter mit einem fetten gerät bleibt er also da ist ein scheiß tschuldigung weil ich mit absicht eigentlich doch aber das weißt du nicht da ist gerade ein abbreller von abschusshilfe so hast du es wir zwei abschüsshilfen wieder gemacht wird auch schon nicht verkehrt gut und ich nicht Prozent Karte sagt ja dieser genannten Computer sagt ihr Manni 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 kredischer Treffer du Fotze Jäger nicht mehr schießt was für ein Kiek ah der vorne lebt okay Abschusshilfe drei Abschusshilfen gemacht wow ich hab das schon wieder so ein oh Gott sei Dank ich dachte mir schon gerade das ist ein zweiter Weg bis auf rechts soll einer sein Computer sagt ja und links auch und pass auf rechts ist auch was ne war nicht so weit raus Bruder nicht und die Computer sagt dir rechts auch pass auf da ist ja eh da war so schön ich habe ihn wenigstens noch mitgerissen drei Abschüsse von einem ab abgef abgeschossen hätte das ist ein Sniper Schuss okay Munition noch dann tut es oder so gestorben das ist das war das gerade war das ein deutscher war es nicht so was ein Russe ich glaube nicht ich weiß nicht ich habe es nicht geschaut gesehen die 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 Mann die Manni hier ist verliebt hier ist die Anliegen wenn ich es falsch die Gebiete nicht kritisieren wenn es hier eine um die Kurve steht dann bin ich schon tut die 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 diese Jahre die russische Hymne in meinem Kopf und dann noch so ein anderes russisches Lied wo ich mir gerade den Namen nicht einfüllen Interessant Union okay du wirst stehen die Munitionsreserve gepforscht geforscht ja da ich will nichts anderes sagen die entspannen opa wiederher kommt das erste Störungsblick wenn das Rohr zu dir schaut die 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 der Schuss ging durch das Blech Interessant die du kannst du es ist ein Schirm ja ne Ah, da ist ein neuer... Ist das nicht den, den wir vorhin abgeh... Die Juno, die kenne ich ja! Hallo! Ich habe ihn ja vorhin gesehen. Magst du vielleicht noch mal kurz rausschauen und lächeln? Ich hatte so einen deutschen... ...Kamera. Weil ich glaube, es war ein Flugzeug, in dem ich da ein bisschen gekappt habe. Okay. Irgendwer hat ein Fotomedie gemacht, mit einem sehr, sehr schönen Blitz. Rechts von mir ist... Da fangen wir hin. Du weißt auch... Aha, also das A. B. Okay, bei B wird gerade gekämpft. C wird sehr, 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 sehr gut bewacht. Also hier sind gerade drei... Scheiße, die kommen hier. Wenn die so vorbeifahren, dann kann ich hier schön die... ...seite rein. ...Shishin. Die sollten von... ...Hartillerie. Leck mich doch. Ach, du heilige Fort... ...Nune. Du Schussgruße. Ja, okay, Munition. Das war jetzt mein letzter Panzer, oder so. Oder hat es mein... Ja, ist mein letzter Panzer. Ja, okay, in Tiefel, so eine große, das abgeschossen, okay. Das ist sieben Uhr, Lul. Ja. Immer schön. Und ja, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und ja, wir sehen uns.